Glück auf Schalke und herzlich willkommen hier auf Körlewurz und Dosenbeaut zu der Zofia News. Und auch heute gibt es wieder eine neue Nachricht zu einem Spieler von uns und zwar geht es um Ozan Kabak. Aktuell ist auch Schalke extrem viel los, Trainingsauftakt, heute ist erst Testspiel. Einige Transfers wurden schon getätigt, weitere Abgänge müssen auf jeden Fall noch folgen, um erstmal Geld einzunehmen, um auch Platz im Kader zu machen und dann vielleicht auch nochmal aktiv werden zu wollen. Und natürlich ist auch Ozan Kabak einer von den Spielen, die Schalke auf jeden Fall abgeben will. Kabak kam ja vor zwei Jahren als Top-Talent vom VfB Stuttgart und er ist immer noch ein Riesentalent. War jetzt in der Rückgrunde Liverpool verliehen, da hat man sich ja auch aus Schalker Sicht schon erhofft, dass er ungefähr 20 Millionen in Kassen spielt, aber Liverpool sagte, nee, machen wir nicht, wir wollen ihn nicht kaufen. Somit ist Kabak jetzt wieder sozusagen auf Schalke, er ist offiziell, hat im 1.7. wieder Schalker und somit muss man gucken, wer ihn denn jetzt haben möchte. Es gibt einige Interessenten einerseits dazugekommen und das ist Bayer Leverkusen. Schalke hat sich ja durch die EM erhofft, Kabaks Marktwert noch einmal zu steigern. Das ist eher weniger gut gewesen, denn Kabak hat zum einen gar nicht mal gespielt für die Türkei und natürlich hat generell die Türkei auch noch nicht überzeugen können. Somit ist der Marktwert auf jeden Fall nicht mehr geworden, um es mal nett auszudrücken. Schalke braucht finanziellen Spielraum, Kabak könnte extrem viel Geld einspielen. 20 Millionen ist Schalkes Wunsch, es gibt Interesse von Leicester, Newcastle, Crystal Palace, Nizza, Stadren und nun eben auch von Leverkusen. Natürlich ist jetzt die Frage, wer bezahlt überhaupt 20 Millionen und ist Leverkusen dazu auch bereit? Natürlich ist es erstmal gut aus Schalker Sicht, wenn es einige Interessenten gibt, die sich vielleicht noch gegenseitig hoch handeln oder hoch bieten, besser gesagt, wodurch die Summe vielleicht sogar steigt oder wir auf jeden Fall die 20 Millionen bekommen. Ich glaube eher nicht, wenn jetzt Leverkusen sagt, wir wollen Kabak haben, dass sie für ihn 20 Millionen Euro bezahlen. Bayer will neuen Infernatik haben, das ist klar. Es gibt aber eben auch andere Kandidaten, die sicherlich günstiger zu haben sind, aber Ozan Kabak ist halt wirklich ein Top-Talent. Der hat wirklich Potenzial, der kann jetzt schon extrem gut hinten mithelfen, auch wenn auch er in Schalkes Abstiegssaison in der Hinrunde, weil er ja viel gespielt, nicht so ganz überzeugen konnte. Aber gut, es gibt somit einige Interessenten. Geht Kabak zu Bayer, ist die Frage des Videos. Ich sage mal so, ich glaube, Leverkusen kann sich durchaus Kabak vorstellen. Ich würde aber jetzt nicht davon ausgehen, dass genau dahin geht. Ich sehe ihn dann schon eher in der Premier League bei zum Beispiel Leicester, die auch mit Dreierkette spielen, wo Kabak vielleicht erst recht eine gute Rolle in der Premier League auch direkt spielen kann. Und somit eine spannende Geschichte. Mal wieder ein Fall, wo es noch nicht so wirklich weitergeht, was den Abgang angeht. Man muss aber auch ganz klar sagen, wir haben den 23. und den 6. Wir sollten jetzt nicht unruhig werden. Es ist ohnehin klar, dass ein, zwei Leute vielleicht am Ende des Transpels noch auf Schalke sind, die man abgeben wollte, dass drei, vier vielleicht noch Anfang Augusta sind und eben auch, wie es jetzt ist, sechs oder sieben Anfang Juli. Deswegen natürlich aber trotzdem gut, wenn es Interessenten gibt. Aber halt noch keine Angebote. Leverkusen und Kabak, ich sage mal so, wenn sie 20 Millionen Euro bezahlen, da wir gerne dahin gehen. In dem Sinne, eure Meinung gehen in die Kommentare. Was meint ihr, wohin führt die Reise von Ozan Kabak? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. In dem Sinne, macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker! Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal.